Guten Morgen von Ibiza. Heute ist dann unser erster Landgang, nachdem wir gestern den Seetag hatten. Ihr habt das ja im Video gesehen, den haben wir ganz entspannt angehen lassen. Es ist jetzt noch frühmorgens. Eigentlich wären wir heute erst mittags hier irgendwann eingelaufen, laut dem ersten Routenplan, den wir hatten, als wir gebucht haben. Aber gestern haben wir dann gesehen, nee, heute machen wir Frühfest und fahren dann aber auch schon wieder um 8. los. Was ein bisschen ungünstig ist, weil man bei MSC feste Tischzeiten hat. Das ist nicht so, wie wir das von Rollgremien kennen. Dass wir in unser Restaurant gehen, also das Bedienrestaurant quasi, wo wir sagen können, okay, jetzt haben wir Hunger oder jetzt passt es gerade, jetzt gehen wir hin und gucken, wann der nächste Tisch frei ist. Sondern man hat eine feste Tischzeit, die ist bei uns um 20 Uhr. Wir laufen aber um 20 Uhr aus. Das heißt, sehr vermutlich werden wir dann halt heute Abend mal das Buffet-Restaurant nehmen. Normal machen wir es ja abends nicht so gern, aber es geht dann heute nicht anders, weil es aussah, wo wir natürlich auch sehen, wie wir heute Abend. Normal werden wir nämlich dann um 23 Uhr ausgelaufen. Finde ich alle ein bisschen schade, aber gut, so ist es manchmal auf Kreuzfahrten. Ändern sich halt Routen oder Liegezeiten mal, da muss man halt mit rechnen. Ja, und von daher lassen wir uns davon keine Laune verderben, denn das Wetter ist super. Es ist jetzt auch schon schön warm. Ich war heute Morgen, als wir hier so langsam eingelaufen sind. Es war irgendwas um halb sieben rum, wo wir aufgestanden sind. Auf dem Balkon, da war es überhaupt nicht frisch oder was. Ja, und von daher freuen wir uns jetzt auf den Tag auf Ibiza und nehmen wir euch natürlich mit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.